Das vorletzte Spiel, wo wir hoffentlich ein bisschen besser, äh, ich werde mich, ich werde mich mal ein bisschen anstrengen, hoffentlich ein bisschen besser, äh, ja, uns anstellen werden. Ja, bei mir nicht trockenen Hals, deswegen trinke ich immer zwischendurch ein Stück, oder, äh, ein Stück. So eine Redewendung, die eigentlich total falsch ist, ich mir aber irgendwie so eingetrichtert habe. Aber mein Hals ist ein bisschen trocken, deswegen muss ich immer ein bisschen was trinken. Damit der nicht komplett austrocknet. Zumindest hoffe ich das, dass der dann nicht komplett austrocknet. Wäre natürlich scheiße. Ich glaube, diese Ladezeiten, die überspringe ich mal, äh, oder schneide ich raus, sind nämlich immer ziemlich ätzend. Also wenn ich mal gerade nichts rede. Die Charlotte Hornets gegen die Denver Nuggets, da müsste doch was drin sein für uns. Und hier kommt die NBA auf 2K-Sports für mich, Kevin Harland und meine Broadcastpartnerin. Ty Lawson hier. Ty Lawson ist zurück, Haylon Hardy und bereit, zu gehen. Ja, jeder ist glücklich, ihn wieder zu sehen. Es war mir überraschend, wie gut sie mit diesem Angriffen konnten, wie gut sie mit diesem Angriffen konnten. Keiner Farid mit dem Tip-Off, beziehungsweise mit dem, äh, ja, ich sag mal einen Anführungszeichen Rebound von der, von dem Tip-Off. Flalo. Okay, ich überspringe jetzt einfach. Aber noch gegen Ty Lawson, wollt ihr mich verarschen? Ach, scheiße, das ist natürlich scheiße, wenn der jetzt in der erste direkt nicht reingeht. Muss einfach den, äh, den Korb einfach, sag mal, belästigen. Einfach immer drauf. Also du scheiße, wenn jetzt Gallinari natürlich noch heiß wird. Der kann nämlich, der kann nämlich heiß werden. Dann ist er auch schlecht aufzuhalten. Kid Gilchrist, kannst du auch mal werfen. Kannst auch wieder mal werfen. Ah, nach der Turnover von Kid Gilchrist. Auf der left-sidee-wingen. Lawson has the open look. Das geht nicht auch für Lawson. Nobody anywhere close to him. Wo ist die Defense? Er hat sich das zu machen, dass er das Schuss hat. Der Dicht, Daniel. Das ist ein ganz pass zu nearby Charlotte. Auf zu der right-wingen. Lockett 6. Pass zu Kid Gilchrist. Er hat sich das, Daniel. Jefferson versucht zu breiten, und wieder, die Hornets missing. Got a good look, though. So, I thought that was gonna go down. Now the D may have done just enough there, for to bother him and throw that shot off. Chandler dishes to Lawson. Chandler attacking. Was? Wie ärgerlich, äh. Wie ärgerlich denn. Der Körn. Der Körn. Der Körn. Der Körn. Gott sei Dank, ich wollte gerade sagen, Bionbo. Ich müsste aber auch mal einen treffen. Stay Stevenson. Sehr gut. Oh. Ja. So, muss mal kurz das Kabel dran hängen. Jo. Stevenson, ganz wichtiger Spieler bei uns. Genau, wie Kemba Walker und Al Jefferson. Sehr gut. Wichtig die zwei Punkte. Wie kann eigentlich der durchkommen? Stevenson. 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 Muss er aber auch machen. Henderson. Hier ist Foy. Fuck. Scheiße. Und ich habe bisher nichts hinbekommen. Das ist natürlich ärgerlich. Okay, good job battling them out there. Let's talk about some crucial areas from the first half. Well, our on-the-ball defense was pretty solid in the first half. We cut a lot of their possessions short by coming up with steals before they had a chance to set up. Stay tight on the ball like that. Keep denying them space. But we did get a nice lift off the bench in that half. I might want to stay with some of those hot hands so everybody be ready. And when we get back on the court, let's do everything in our power to get the ball into the post. I want us feeding it down though at every opportunity. Alright guys. Let's get out there and play a good second half. Yo, Coach. Muss ich mich auch reinlassen. We have a close ball game on our hands as we get set for the second half of basketball. You look at going. Ich bin natürlich wieder draußen. Kenneth Farid, he's checked in for Chandler. Also, ich komme dann auch im viertes Viertel wieder rein und dann habe ich keine Zeit mehr. Aber ich höre mit zwei Punkten. Okay, Kenneth Farid, der kann sowas natürlich. Okay. Komm, geh doch rein. Meine Güte, ich habe noch keinen einzigen Punkt. Noch keinen einzigen Assist. Ich habe quasi nichts gemacht. Oh, das ist natürlich ärgerlich. End one. Für Kenneth Farid. Und ich werde wieder, ich werde reingelassen. für Ty Lawson, oder gegen Ty Lawson. 17 Sekunden left in the 4th quarter. Oh, das ist ein guter. Oh, das ist ein guter Challenge. Right there. Good job contesting that shot by the Defender. Hier ist Tom. Wow, drew die Kontakt. Und das 3. Almost went in. So, he'll go to the line for 3. Oh, bloß dich verkacken. Yes. 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 Okay. Okay, okay. Ganz, ganz ruhig. Scheiße. Yes. Zumindest 3. Zumindest 3. Ich hätte es klar machen können. Habe ich nicht. Aber 0,4 Sekunden sind eigentlich Zeit für gar nichts. And so, it's the Hornets who come out on top. Clark, it was anybody's game right to the very end. Yeah, it was. The coach is happy with the outcome. This team kept their emotions in check and got it done. And now, let's catch up with Doris Burke, who's standing by on the sideline. Doris. Well, Gerald, a win that certainly got to feel good with the way the team just kept grinding away. What is it about this team that enabled you to come away with the win? Oh, we got a lot of fight. We got a lot of fight. You know, we had a little ball there, but we just came together and got sharp on offense and defense, and they got it done. Competitive spirit. We love to watch it, Gerald. Thank you, guys. Thank you, Doris. That'll do it for now for Doris Burke, Steve Curry, Clark Kellogg, and the rest of the 2K Sports Crew. This is Kevin Harland saying thanks for joining us. Yo. Leistung schlecht. Ja, 4 Punkte. Ich weiß. Gehalt 237. Gesamtverdienst 388. Ja, Leistung schlecht. Aber Mitspieler mit Norte B. Also, ich bin auch noch am Hadern. Ich hab nichts Gutes gemacht. Aber ich hab den Sieg klar gemacht. Ich hab den Sieg klar gemacht. Das ist ein Problem. Wir mehr takeen den Gämmen sehr interessieren. We could just show up and win. One thing I know for certain, you don't take something for granted in the NBA because it always goes away. You right. When we got somebody on the ropes we gotta knock them fools out, man. Yo, tonight we was just barely good enough. That's right. This game we step on the gas and never let up. Let's do it. Ja, ich war auch nicht ganz bei der Sache heute sozusagen. Muss man auch so sagen. Hätte besser laufen können. Vier Punkte. Ich habe sie klar gemacht eigentlich, oder? Kann man das so sagen? Ja, finde ich schon. Und ja. Dann mache ich jetzt direkt gleich noch ein Spiel.